Mit einem schweren Beschuss. Sollen sich mal nicht so anstellen. Ach, hier sind wir? Oh Gott. Hätte man da hinten aber auch einen Safepoint legen können. Hi. Ich sehe dich trotzdem. Man braucht also zwei Schüsse, es sei denn, es ist ein Kopfschuss, okay? Ich habe ja gar nicht gewusst. Ich wollte es einfach mal gerade ausprobieren. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass hier auch so Sachen rumstehen, die man kaputt schießen kann, zum Explodieren bringen. Brücke vor! Brücke vor! Brücke vor! So, kommt da jetzt wieder einer mit dem Messer oder was? Schüsse und der schweren Beschuss! Den hat es auf jeden Fall erwischt. Ach, da hätte man auch drauf schießen können, okay? Ja, wenn man das immer sofort wüsste, ne? Wir brauchen diese Trucks, anders kommen wir hier nicht weg! Boah! Das war aber echt verdammt nah, wie der Steam-Erfolg schon sagte. Unterwegs! Muss nachladen! Gebt mir Deckung! Zwei weniger, würde ich mal sagen. Ich kann hier keine vernünftige Granate schmeißen! Da steht einer im Freien! Verdammt! Unter schweren Beschuss! Die Granate! Granate raus! Ihr könnt nichts sehen, das tut mir aber leid. Feind ausgeschaltet! BAMS! Ein Schuss, ein Treffer! Okay, jetzt müssen wir hier runter, oder? Lebt der noch? Ja, er lebt den noch. Jetzt nicht mehr. Verdammter Verräter! Okay, schnappt mir aus diese Scheiß-Trucks! Oh-oh. Boah! Sperrt eure Arten aus! Hab ihn! Er ist tot! Floor ist los! Jawohl! Sichere die Trucks! Das haben wir gemacht. Ihr lebt noch. Falls das so bleiben soll, empfehle ich das! Oh ja! Hopp, hopp, Leute! Wir werden diese Stadt in die Knie zwingen! Sah mir nach einem Granatenwerfer aus! Ja, dann bist du da! Soll ich ihn abknallen, oder machst du's lieber selbst? Wenn wir das hier überleben, gehört er dir. Diese Sache hat ihren Preis, Walker. Ich hoffe, sie sind bereit, ihn zu zahlen. Das hoffe ich auch. Ich hoffe auch, dass wir bereit sind, ihn zu zahlen. Und ich hoffe, dass er nicht zu hoch ist. Alle Mann festhalten! Das wird ein heißer Rett! Halt Kontakt! Wasserdiebstahl Teil 2. Bei dem Traktor, die rechte Seite! Bämps! Ach, wir haben unendlich Munition. Ich hatte eine Menge gedrückt mit diesem Käpt'n. Aber wer ihr denkt, nicht lasse diese Stadt vertosen. Das schien sie völlig falsch. Oh. Ein Wassertank hat hier bei uns ein Leck. Wir hören vor uns! Noch mehr Feinde! Tango erledigt! Schwisse! Die blockieren die Stärze! Wir können hier nichts halten! Keine Denkung! Ich komme da durch! Aber ihr müsst sie abhalten! Jetzt hängen wir hier am LKW dran, oder was? Ich bin fast durch! Und dir! Alles festhalten! Voll lustig, wenn die Granatenkörper direkt treffen. Zerfletschen die einfach nur. Vorsicht! Hab einen! Wow! Was war das? Was ist das aber? Oder? Wow! Wow! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Boah, ist das hart, ey! Das war mal ein Aufprall, Leute! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! In vier Tagen beginnt diese Stadt zu verdursten wie Rixis wollte. Das ist Ihre Schuld, Walker! Sie waren das! Nicht ich! Allein? Allein? Das Ding ist richtig schwer! Oha! 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 Was willst du tun, he? Was willst du tun? Briggs? Wo sind sie? Ich seh nie... Oh scheiße. Moment, ich hol sie da raus. Wenn möglich, würde ich mal sagen. Lassen Sie's. Hat keinen Sinn. Das Wasser ist weg. Das ist das Wichtigste. Scheiße. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Sehen Sie, wenn die Leute spitzkriegen, was er gemacht hat, erklären uns alle hier den Krieg. Und den verlieren wir. So wird's die Welt nie erfahren. Sie sind verrückt. Komisch. Das hat Gold auch gesagt. Was ich getan habe, war nicht schön, aber richtig. Außerdem, ich komme ja selbst nicht mehr hier raus. Ich will nicht verbrennen. Jetzt sollen wir ihm die letzte Kugel geben, oder was? Eine Kugel haben wir. Entschuldigung, bitte. Friendly Fire, würde ich mal sagen, ja. Eine Kugel und die war für ihn bestimmt. Oh, sag mir nicht, dass das mein Team ist. Ah, ne. Wir schlendern hier immer noch mit Fleischwunden durch die Gegend. Echt üble Sache. Walker. Walker. Walker, kommen. Ja. Ich bin hier. Gott sei Dank. Die 33. ist gekommen, bevor wir euch gefunden haben. Wir mussten weg. Ich dachte schon, ihr seid tot. Ich hatte Glück. Und Riggs? Tot. Gut. Nein, nicht gut. Er hat uns angeschissen. Alle zusammen. Seinetwegen stirbt bald ganz Dubai. Die Stadt muss evakuiert werden, schnell. Ja. Bin gespannt, wie du das anstellen willst. Lugo? Oh. Sorry. Störe? Ich etwa? Verdammt. Warte, Lugo. Ich bin unterwegs. Ich sorg dafür, dass ihr es erfährt. Fick dich ins Knie. Bitte keine Kraftausdrücke, Kumpel. Das ist hier schließlich ein Familienprogramm. Eine Sondersendung für Verdurstende. Sechs Schuss. Sechs fucking Schuss geben die mir. Für ne verkackte 44er Magnum. Scheiße, noch mehr Soldaten! Los in Deckung! Ach, jetzt können wir auf einmal wieder rennen, oder was? Nicht so schüchtern! Raus damit! Sind ja nur wir zwei und ein paar tausend wirstige Hörer, die alle brennend interessiert. Oh, was wirst du jetzt tun? Oh, was wirst du jetzt tun? Oh, was wirst du jetzt tun? Ihr Marty stirbt, denn sie bringen ihn um. Sie wollen Wasser und Eimer und werden nicht ruhen. Was wirst du jetzt tun? Denn sie bringen dich um. Haha. Marty, Marty, Marty. Lugo, Vorsicht! Was zum Teufel! Ich hab ihn! Weg von mir! Schnauze! Rette Lugo! Die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo! Lugo, Vorsicht! Lugo, Vorsicht! Wieder einer! Oh! Wollt auch langsam Zeit! Nichts zu danken, dann kommt's kein Schwerter! Lugo, Vorsicht! Lugo, Vorsicht! Fak, ey! Scharfschützen auf dem Kreis! Die sind überall! Lugo, Vorsicht! Lugo, Vorsicht! Lugo, Vorsicht! Scheiß auf die Scharfschützen! Lugo, Vorsicht! Lugo, Vorsicht! Finte unterwegs. Alles klar. Bei dir? Hier auch alles klar. Achtung, Männer der 3.30. Delta Force Actionfiguren heute im Angebot. Delta Force tröst uns, sich zu haben in der Mall. Da kommt noch mehr. Wir wissen, was gegen diesen Kerl unternehmen kann. Jetzt müssen wir aus der Mall raus. Wir gehen durch meinen Weg. Hier geht's nicht. Vielleicht weiter unten. Okay, schalten diese Wixer aus. Diese Scheiß-MG da hinten. Ach, das sind meine Leute. Wow. Lasst mich! Boah, Scheiße, der lebt noch. Fuck, und dann gibt er mir einen Headshot. Ah! Penner. Boah, das Spiel ist gerade mega spannend. Ach Gott. Wie wir jetzt schon so oft verarscht wurden. Das ist echt nice. Aber das ist halt typisch Soldaten, ne? Die kriegen halt immer Befehle und müssen sie halt befolgen, ne? Die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo. Oh, hier starten wir. Hör dich auf ihn! Ich sag der Schnauze! Lugo, Vorsicht! Lugo ist tot? Oh, fuck. Da hab ich jetzt aber was falsch gemacht. Was hab ich denn gerade eben anders gemacht? Ach ja, ich bin weiter nach vorne gelaufen, hab direkt den getötet, ne? Okay. Jetzt haben wir Lugo sterben lassen. Den armen Lugo. Es gab mal ein Spiel, das siehst du eh nicht. Das hieß Hugo. Das war auch ganz witzig. Die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo. Hör dich auf ihn! Ich sag der Schnauze! Walker! Lugo, Vorsicht! Nein! Hä? Wie hab ich das denn gerade eben gemacht? Komische Sache. War ich da etwa besser im Ziel? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ich schleiche mich jetzt nochmal ran und dann gucke ich mal, wie ich das mach. Es ist aus, Lieutenant. Die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo. Hör dich auf ihn! Ich sag der Schnauze! Walker, falls du das hörst. Sie haben Lugo. Die drei... Ach, scheiße. Jetzt bin ich gestorben. Erst Lugo, jetzt ich. Na, geil. Und nur, weil ich immer über den Kopf schieße. Ich bin halt immer jemand, ich versuche immer den Kopf zu treffen. Und wenn ich ihn nicht treffe, dann bin ich meistens gearscht. Wie eben gerade. Na gut. Probieren wir es nochmal. Weil diesen Abschnitt würde ich gerne noch zocken bis Kapitel 11 und dann, falls es überhaupt Kapitel F gibt. Es ist aus, Lieutenant. Die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo. Hör dich auf ihn! Ich sag der Schnauze! Walker, falls du das hörst. Sie haben Lugo. Die 33. Nagelt mich fest. Ich komm nicht durch zu ihm. Ich brauch dich hier. Hören Sie mich, Lieutenant. Ich mache keine Wichse. Habe ein! Wow. Oh, doch, halt und Zeit. Nichts, der Dach. Bekommt euch nach. Oh, das war's schon. Achtung, sie bewegen sich! Ich glaube, ich sollte mal gerade ein bisschen warten. Sonst sterben wir. Stopp! Scheiße, die sind überall! Scheiße! Bams. Und der schweren Böschuss! Bams und... Verdammt! Bams. Und... Bams. Alles klar? Bei dir? Hier auch alles klar. Achtung, Männer der 3.30. Delta Force Actionfiguren heute im Angebot. Delta Force preisgünstig zu haben in der Mall. Da kommt noch mehr! Wir wissen, was gegen diesen Kerl unternehmen! Erst müssen wir aus der Mall raus! Sehen Sie drüben meinen Weg? Wir gehen nicht! Vielleicht weiter uns! Boah! Feind erledigt! Ach, jetzt kamen sie wieder, ne? Und bleib liegen, verdammt! Genau, bleib liegen! Scheiße! Ich brauche hier Deckung! Ja, nicht so gut! Haltet sie mir kurz vorbleib! Einer weniger! Halt mich hier drüben fest! Zurück! Wir machen das! Mann! Was ist los hier, ey? Tanker erledigt! Oh, loi! Häh? Das war ja cool. Direkt mal so ein Sandring hier aufgemacht. Gegner! Rechte Seite! Brocker! Ich brauche Hilfe! Weitere Gegner beim Spielzeugland! Nein! Jetzt bin ich schon wieder gestorben, ey! Das gibt's nicht! Nein! Ich will nicht die scheiß Schwierigkeit anpassen, man! Du Kackspiel! Ich hab da nicht umsonst auf diese Schwierigkeitsstufe gesetzt! Mann! Jetzt lad's schneller! Wehe, ich muss das... Oh, ich muss es nochmal machen! Ja gut, dann machen wir das jetzt so, dann machen wir das, diesen Abschnitt dann in der nächsten Folge wieder. Das ist nämlich dann ein bisschen einfacher. Ich sage, tschüss, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao!